Die britische Sängerin Adele leidet offenbar immer noch unter starken Isias-Beschwerden. Berichten zufolge konnte sie sich nach einer Attacke nicht mehr bewegen. Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass die 35-jährige Adele unter starken Rückenbeschwerden leidet. Bei ihren Auftritten in Rosweges scheint es nun zu einer schmerzhaften Attacke gekommen zu sein, nach der sich die britische Sängerin nicht mehr bewegen konnte. Sie sei hinter den Kulissen zusammengebrochen, habe Adele ihren Fans laut eines Berichts der britischen Boulevardzeitung Bessern erklärt. Der Superstar habe sich nicht mehr bewegen können und ein Mitglied des Produktionsteams der Show habe sie Backstage so vorgefunden. Sie haben meinen ganzen Körper vom Boden aufgehoben, soll sie demnach mitgeteilt haben. Die 35-Jährige habe sich während eines Auftritts am Wochenende zudem eine Auszeit nehmen müssen und gesagt, ich werde mich hinsetzen und meinen Isias ausruhen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die 35-Jährige